Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Fresh Fits. Der Fresh Fits ist ein typischer Vertreter der Fisses. Durch den Erdbeerlikör bekommt er seine besondere Note. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 6cl Gin, 3cl Erdbeerlikör, 2cl Zitronensaft, 10cl Sodawasser, Puderzucker, große Erdbeere, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Longdrinkglas, Trinkhalm. Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Gin, Erdbeerlikör und Zitronensaft dazugeben. Gut shaken, in ein Longdrinkglas abseihen, mit einer Erdbeere dekorieren, mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Erdbeerlikör mit Abil Нestauen. Was ist eine٩! Vielen Dank.